Ich habe ein Spiel auf meinem Minecraft City Evil Server dabei erwischt, wie er ein Grundstück von seinem Nachbarn einfach grieft. Er hat da Trust-Rechte bekommen, das heißt er kann da abbauen und nutzt es jetzt einfach aus, um hier Lava zu setzen und um Blöcke abzubauen. Ich habe überlegt, dass wir im Namen des Grundstücks innerhalb, was jetzt Rache nehmen und sein Grundstück in die Luft jagen. Er ist hier einfach die ganze Zeit am griefen und das hier ist sein eigenes Grundstück. Sie sind wirklich Nachbarn und wohnen direkt nebeneinander. Und ich habe hier ein bisschen TT gesetzt. Mal schauen, was mit dem Haus passiert. Okay, okay, das waren ein bisschen viele TT-Blöcke. Und er sieht's! Er hat's gesehen! Außerdem habe ich eine Villa vorbereitet, die wir dem gegriefen Spieler schenken werden, damit er wieder ein Haus hat. Das Ganze ist auf einem Vierer-Match. Das heißt, sein Grundstück ist danach einfach viermal so groß wie vorher. Und der andere Spieler wird für jeden Like auf diesem Short einen Tag länger gebannt. Ich würde sagen, wir starten mit sieben Tagen. Daumen nach oben nicht vergessen und join auf opeso.net.